Der Kader für die letzte Länderspielpause vor der Heim-EM wurde gerade bekannt gegeben und ich reagiere jetzt mit euch das erste Mal darauf. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Es wurde viel berichtet, fast eigentlich zu viel, als das alles davon wahr sein könnte. Wir schauen rein. Erstmal im Tor. Wieder vier Torhüter. Finde ich absolut unverständlich. Drei reichen doch vollkommen, dann kannst du im Feld einen mehr nehmen, aber okay. Okay, personell sind es, Neuer und Herr Stegen, klar. Trapp wurde tatsächlich aussortiert, finde ich aber richtig. Und dann hast du wahrscheinlich einen Zweikampf mit Leno und Baumann, wer dann letztendlich die Nummer drei im Turnier wird. Ich habe da eigentlich keine wirkliche Tendenz. Die sind beide so ziemlich auf einem Niveau. Ich hoffe aber, dass man beim Turnier dann wirklich nur einen dritten Torwart hat und nicht vier Torhüter, was ich einfach zu viel finde. Auch jetzt schon, aber gut, ist jetzt halt so. Kommen wir in die Abwehr und da sehe ich direkt mal, Waldemar Anton war klar, aber das Beste dann tatsächlich doch dabei ist. Finde ich jetzt echt krass. Und was mir auch direkt auffällt, er wird unter Abwehr gelistet. Spielt ja bei Heidenheim eigentlich ausschließlich auf dem Flügel vor einer Viererkette. Hier jetzt vielleicht als Linksverteidiger Alternative. Wobei man da auch Mittelstädt wie erwartet dabei hat und David Raum auch. Also ich glaube eigentlich eher, dass er weiter offensiv eingesetzt wird, falls er überhaupt eingesetzt wird. Deswegen verstehe ich nicht, warum er unter der Abwehr gelistet ist. Ansonsten hast du Henrichs und Kimmich. Also Kimmich wird hier auch als Verteidiger gelistet. Dementsprechend die beiden als Rechtsverteidiger. War aber eigentlich auch zu erwarten. Und zentral als Innenverteidiger hat man dann Rüdiger, Tahr, Robin Koch tatsächlich auch dabei. Finde ich aber völlig okay nach den Leistungen. Und dann eben Waldemar Anton, der auch dabei sein musste, aber halt auch noch nie dabei war. Also vier Innenverteidiger, schon mal eine ganz andere Auswahl. Keiner von Dortmund dabei, obwohl die eigentlich drei potenzielle Kandidaten haben. Aber ist ein klares Zeichen, war es so zu erwarten. Aber gefällt mir auf jeden Fall. Kommen wir zum Mittelfeld und da haben wir zunächst mal Robert Andrich. Denke ich mal, wenn ich drüber schaue, ja als einziger wirklicher Abräumer. Kein Anton Stach, der vielleicht auch gut gewesen wäre. Aber Andrich ist auch keinesfalls verkehrt, kann man auf jeden Fall machen. Chris Führig dabei, ja ist eigentlich auch verständlich. Ist so mit der einzige klassische Flügelspieler, den wir haben, der auch mal gerne ins 1 gegen 1 geht. Klar Musiala, der auch dabei ist auch, aber der ist eher im Zentrum gesetzt. Wie man das dann letztendlich löst, muss man schauen. Wirtz ist natürlich auch dabei. Gündogan, logisch als Kapitän. Ich denke mal, der wird jetzt eher offensiver als Zehner spielen. Was es dann natürlich erschwert, Musiala und Wirtz einzubauen, muss man mal schauen. Toni Kroos, wie zu erwarten, dabei. Pascal Kroos auch dabei. Trotz der krassen Konkurrenz, finde ich aber gut. Macht bei Brighton, auch wenn es nicht so gut läuft aktuell, immer noch seinen Job überragend. Und ja, der gefällt mir. Ich denke, der hat auch keine allzu krassen Ansprüche, immer spielen zu müssen, wie es ein Goretzka hätte. Der, wie schon berichtet wurde, nicht dabei ist. Finde ich jetzt nach den letzten Spielen schon krass. Aber auch ein Fingerzeig. Mal schauen, wie es dann zur EM aussehen wird. Und mehr oder weniger anstelle von Goretzka dabei ist tatsächlich Alexander Pavlovich, der jetzt echt überragende Leistungen bei Bayern gezeigt hat. Klar, es waren nicht allzu viele Spiele auf dem wirklich hohen Niveau. Aber wenn er konstant das abrufen kann, was er jetzt zuletzt gezeigt hat, dann muss er halt von den Leistungen dabei sein. Auch wenn er noch jung und unerfahren ist. Aber das war schon echt vielversprechend und auf jeden Fall eine interessante Nominierung, mal mehr auf die Jugend zu setzen, wie jetzt auf die Generation, die zuletzt überhaupt nichts gerissen hat. Und dann gehen wir noch ein zweiter, noch offensiver Angriff, nennen sie jetzt mal diese Gruppe da an Spielern. Und da sind dabei Maxi Bayer tatsächlich neben Füllkrug und Aff, die zu erwarten waren als Stürmer. Kai Havertz und Müller werden jetzt hier auch gelistet. Müller hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber der ist einfach, selbst wenn er nicht spielt, enorm wichtig für das Klima in der Mannschaft. Havertz muss bei seiner aktuellen Form bei Arsenal unter Arteta definitiv auch dabei sein. Wird unter Angriff gelistet, nicht unter Abwehr, also wahrscheinlich nicht mehr als Linksverteidiger, was ich gar nicht so schlecht fand. Aber ist einfach nicht seine Position, da hat man jetzt andere Alternativen. Und Maxi Bayer finde ich auf jeden Fall eine coole Option. Der muss auch nicht unbedingt spielen, aber man kann ihn einfach mal reinwerfen. Sei es im Zentrum oder auf dem Flügel, also auch eine kluge Nominierung, wie ich finde. Also alles in allem sieht man bei dem Kader, dass definitiv das Leistungsprinzip gilt, was ich ja gar nicht mal immer so wichtig finde. Also wenn ein Nationaltrainer da die Spieler für sein System nominiert, finde ich das völlig fein. Aber so auch gut wenig Dortmund-Spieler, die jetzt zuletzt nicht performt haben. Dafür halt viele VfB-Spieler, aber auch andere Spieler, die gerade persönlich gut performen. Man muss natürlich noch sagen, ein Sané ist jetzt wegen der Sperre nicht dabei. Der rückt dann noch in den Kader für jemand anderen. Zudem wird hoffentlich noch ein Torwart wegfallen. Und in der Abwehr muss ich sagen, Beste finde ich die Nominierung schon ein bisschen zu früh. Also die Leistungen und so, die Standards sind ja gut, aber aus dem Spiel heraus weiß ich nicht, ob das schon für die Nationalmannschaft reicht. Vielleicht beweist er das Gegenteil. Mal schauen, ich hätte da dann eher noch eine Nico Schlotterbeck mitgenommen. Einfach, dass man noch einen Linksfuß in der Innenverteidigung als Alternative hat, weil da hat man jetzt nur Rechtsfüßer. Aber gut, ansonsten sehe ich an dem Kader jetzt nicht allzu viel zu kritisieren. Man kann natürlich immer diskutieren, aber ich finde jetzt nichts, was katastrophal falsch ist, was man überhaupt nicht machen sollte. Aber jetzt bin ich echt gespannt, ob das Team auch auf dem Platz performen kann. Das war zuletzt unter Nagelsmann auch nicht mehr der Fall. Mal schauen gegen Frankreich und die Niederlande. Ich werde die Spiele auf jeden Fall schauen und dann auch auf dem Kanal hier analysieren. Also lasst gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.